Alles klar, ähm ich weiß noch nicht ob jetzt hier mein Lenkrad funktioniert, das hat er mir jetzt gerade nicht gesagt, so, okay, ja, also das hier funktioniert schon mal das Lenkrad, gewöhnen Sie sich zuerst dran, präzise Lenk zum Schleunigen und zu bleiben Sie, na alles klar. So, Automatik habe ich jetzt hier leider auch, treten Sie auf T-Premse, sobald hier die Ali geholt wird, ist klar.